Hallo, mein Name ist Bernd Ernte. Ich würde euch gerne aus unserer gestrigen Personalratssitzung berichten. Es gibt jetzt einen Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastung. Der soll sukzessive peu a peu im Gelände eingeführt werden. Es wird erst in einigen Testbereichen angefangen damit. In der Augenklinik hat es einen Initiativantrag gegeben für die Augenpoli. Um Stellen zu erhöhen, da es dort eine hohe Belastung gibt. Dies ist aber leider von der Dienststelle abgelehnt worden, sodass das jetzt weiter in die Einigungsstelle geht. Und da müssen wir mal sehen, was daraus weiter wird. Mit großem Interesse haben wir gehört, dass das UK Schleswig-Holstein sich von seinem Gestellungspersonal, das DRK, trennen will. Da es höhere finanzielle Belastungen durch Verwaltungsgebühren gibt. Dazu gibt es einen Internetauftritt beim NDR. Kann sich ja mal vielleicht jemand angucken. Das war's schon. Danke. Vielen Dank. Danke.